Musik So, hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dines House Und ihr seht auch schon, ich habe alle Sachen jetzt endlich mal beisammen Bin zurückgekehrt zum Außenpost und dann können wir auch gleich beginnen mit unserer neuen Strecke Strecke 3, wie gesagt, wir haben ja schon drei Strecken Ich war auch erst mal am überlegen, ob wir diese Strecke vielleicht benutzen, da sie noch gar nicht fertig ist Aber naja, mit der hatte ich noch was ganz anderes vor, deswegen lassen wir diese erstmal hier Das heißt, was brauchen wir jetzt? Richtig, Gravel Jetzt kommt nämlich der Gravel ins Spiel Der langersehnte Gravel, den man eigentlich sonst für nichts verwenden kann Und ich bin endlich froh, den mal los zu werden, weil ich wüsste auch sonst nicht, was man damit machen kann Aber für Eisenbahnschienen eignet er sich wirklich perfekt, muss ich sagen Wenn wir auch nochmal den Stone ändern, das heißt auch zum Beispiel hier Ups, das war ein bisschen blöd jetzt Ähm, ja Das sah nämlich so aus, als wenn da gar keine, gar keine Stone-Dings wären Ja, das sieht, guckt euch mal den Vergleich an, ne Zwischen den und den, das sieht total anders aus Also keine Ahnung, was da irgendwie falsch ist, aber naja Dann ist das halt so Woran das auch immer liegen mag Vielleicht habt ihr ja eine Idee Ja, dann schreibt es mal in die Kommentare So, auf jeden Fall, dann lassen wir es halt so Und dann kommt hier wieder der Gravel hin, der langersehnte Gravel Wo ist der hier Boah, können wir wieder einen Block wegsetzen Ich freue mich immer, wenn ich diesen Gravel wegsetzen darf Das ist einfach ein sehr schönes Gefühl, diesmal loszuwerden Ihr seht schon, teilweise ist ja sogar noch Wasser drunter Hier war ja mal wirklich ein See, ne Das sah hier alles mal ganz anders aus Aber da können wir wirklich, ähm, stolz sein, was wir eigentlich so, ja, erreicht haben, ne Ja, jetzt kenne ich, jetzt kenne ich auch den Unterschied Jetzt weiß ich, warum das anders ist Das liegt mich daran, dass wir, ähm, Double Slaps da hatten, ne Und guck mal, ihr seht, so sind einfache Slaps aus Und Double Slaps sehen von oben halt ganz anders aus, ne Deswegen Aha Das ist es also, ne Genau, und hier ist es aber diesmal eine andere Strecke Das heißt, wir müssen ja nicht hier hin Sondern hier ist es ja wirklich, da geht es quasi von Hier los, ne Das heißt, hier ist es ja genau andersrum Das ist hier der Block Und vier fängt das dann quasi an, ne Also seht genau andersrum Wie das halt so ist, ne So, also mal was ganz anderes Eine ganz andere Richtung, die wir jetzt einschlagen müssen Nun gut, warum nicht Genau, jetzt auch nur natürlich die Frage Jetzt brauchen wir wieder Redstone Das heißt, einmal runter bitte Dann brauchen wir noch Redstone Jetzt weiß ich auch, warum da, warum ich da diese Double Slaps gemacht habe Denn durch normale Slaps geht hier nicht durch Wir brauchen da wirklich Double Slaps, glaube ich, so war das Ähm, glaube ich Ja Also schon, das passt nicht Das heißt, wir müssen das nämlich anders machen Ähm Und jetzt geht das nämlich Ne Deswegen habe ich das so gemacht Jetzt verstehe ich das auch Genau, ihr seht schon, überall Powerwall, Railways Und hier hört so wieder auf, ne Aber kein Problem Wir haben ja genug Redstone Fackeln Das können wir uns ja erlauben Das heißt, hier einfach mal wieder ein bisschen Redstone Dann Double Slap Und die Powerwalls darüber So, dann müssen wir auch hier mal ins Ungewisse dann rein Das heißt, hier geht es dann nach unten Da dachte ich mir auch schon Wir machen das vielleicht mit einem Sandstein-Tor Das heißt, wenn wir erstmal unseren Sand haben, ja Am besten wir, ähm Genau, gehen nochmal zurück ins Häuschen Und holen uns einfach ein bisschen Sandstein Das können wir als Tor dann ganz gut nutzen eigentlich Ne Wenn wir hier dann so reingehen Mal zack, zack, zack Tür öffnen Kiste öffnen Ein bisschen Smooth-Sense Und am besten Und damit können wir das dann ganz trocker einfach machen Ihr seht schon, jetzt habe ich hier eine neue Strecke Die dritte Strecke schon Irgendwann wäre schon ein richtiger Bahnhof So, wie, ja Bahngleis 9,3 Viertel Also wir haben hier jetzt schon drei Gleise Das ist doch unglaublich, ne Es entwickelt sich hier zu was Genau, und ihr seht schon, hier geht es dann nach oben Müssen wir jetzt hier einfach mal die Schaufel nehmen Wo haben wir die? Genau, hier Erster Slot natürlich Und hier geht es dann nach unten natürlich So, das muss aber sehr steil gehen Das heißt, wir machen es am besten so Dass es direkt runter geht, ne Das heißt, mit dem Sand müssen wir auch nochmal eine Lösung finden Wie wir das dann regeln Ich würde einfach sagen, wir nehmen hier einen Sandstone-Block Und tun darüber Sand, ne Ne Darüber soll Sand und kein Sandstone Das heißt, wir gucken mal, was haben wir hier Ähm, Sand So Das kann man theoretisch hier auch machen Dann würde man zwar als Mensch hier nicht mehr durch Doch als Mensch würde man hier immer noch durchkommen, ne Aber so ist es noch nicht mal zu eng hier Das heißt, hier würde ich später auch nochmal Sandstone hinkommen Dass man quasi nur mit Minecraft durch kann Und als normaler Passagier nicht Ne, so auch quasi zum Schutz Gehe nicht allein in diese Mine rein Ja, aber ihr seht schon Das ist doch eine super Lösung nun eigentlich Müssen wir nur mal schauen Wir brauchen hier ein paar Fackeln natürlich So, ein paar Fackeln, die haben wir hier Dass ich auch tief genug komme, ne Ich muss erstmal gucken, wie die Koordinaten da sind Wir müssen ja nicht einmal tief Wir müssen dann auch noch nach links abdriften Das heißt, wir müssen erstmal zurück in unser Haus Das Ganze abmessen Puh, einfach die Koordinaten merken Und dann Zack Ja, das heißt Einmal runter Ganz nach unten am besten Da, wo halt diese Strecke aufhört Das wäre circa hier Genau Dann drücken wir mal F3 Und sehen 453, 36 und minus 1010 Da schreibe ich mir mal auf 453 36 Und minus 1010 So Schreibe ich einfach mal in den Chat Warum mache ich das, damit ich mir das auch so Quasi nicht merken muss Sondern auch quasi parat haben, ne Das heißt, wir müssen erstmal runter auf Ja, auf Ebene 36, ne Darauf werden wir erstmal unten Und dann müssen wir einfach nur noch nach links quasi So, ne Das heißt, einmal hoch hier Okay, wir müssen auch aufpassen Dass wir da bestimmte Sachen nicht überschreiten Also ihr seht schon Da muss man achten Achten, achten Achten Aber ich meine, das ist kein Problem Wir werden da sicherlich leicht hinkommen So Gut, ne Dann müssen wir mal gucken, auf welche Ebene wir hier schon sind Wir sind hier auf Ebene Ja, 64 Das heißt, wir müssen ordentlich weit runter Man könnte es natürlich so machen, dass es hier einfach nur so eine Falldingstens ist Aber ich glaube, das ist nicht gut Wir wollen ja eine Strecke von A nach B und von B nach A haben Also sie soll ja reversibel sein Das soll ja nicht sein Okay, man kann nur da hinfahren Aber nicht zurück Sondern man soll ja auch zurückfahren können Das heißt Dann müssen wir schon Ordentlich was dann machen Genau Seht schon hier Ja, dann müssen wir schon ordentlich weit nach unten Und dann seht ihr auch Der x-Wert der war bei 453 Wir sind jetzt schon bei 388 Moment, ach ne X-Wert der Genau Und auch der Ja, genau Wir können also auf jeden Fall noch ein bisschen nach vorne Das ist alles kein Problem So Das heißt Hier sind wir auf Genau Wir müssen erstmal zu minus 10,10 Das heißt Erstmal graben, graben, graben Ihr seht schon Stellt euch das mal in real life vor Wie anstrengend das wäre Deswegen finde ich das in Minecraft immer ganz cool Man kann es einfach so Einfach machen, ne Und im echten Leben Das wäre Uff Wäre das anstrengend Das alles zu planen Und uff Und ehe das dann fertig wird Ihr wisst ja wie lange so eine Projekte dauern Stuttgart 21 Ja Ähm Also Da will man ja mal nichts sagen Aber Minecraft Da geht das wirklich schnell So Genau Ab und zu immer noch ein paar Fackeln Vielleicht soll ich da noch ein paar neue machen Aber ich habe auch glaube ich genug Kohle Dass wir da Was neues machen können Würde ich einfach mal so vermuten Ihr seht schon Wir kommen auch Mit dem y-Wert Kommen wir auch immer tiefer Das ist super Hier finden wir sogar noch Bio-Fossilien Ein Glück Guckt euch das an Das sind sogar gar nicht mal wenig Das ist doch mal unglaublich Und die Kohle Wenn man vom Teufel spricht Findet man auch Perfekt Können wir gleich noch mal ein paar neue Fackeln machen Ihr seht schon Hier findet man allerhand was Also es lohnt sich auf jeden Fall Diesen Bahnhof auszubauen Jetzt müssen wir auf jeden Fall Nur noch mal meinen Beutel rausholen Denn eindeutig Ist mein Inventar gerade zu voll Das heißt das brauchen wir gerade nicht Kabelstum brauchen wir gerade nicht Das brauchen wir gerade nicht Das brauchen wir gerade nicht Ähm Genau Das brauchen wir gerade auch nicht Das brauchen wir nicht Schilder brauchen wir momentan eigentlich auch nicht Und von daher Ähm den Rest können wir erstmal So behalten denke ich Ne Genau Genau Und Fackeln brauchen wir auf jeden Fall Das heißt hier Ein paar neue Fackeln Super 22 Reicht erstmal Stone haben wir hier im Inventar Dann wie wir das hier wieder schön verdichten können Genau dann kann es weiter nach unten gehen So hier in der Fackel einfach nochmal Für die Helligkeit Soll ja auch schon hell sein Ne Ansonsten spawnen nachher noch Monster oder so Und das wäre dann auch blöd Ja ihr seht schon Minus 10 10 Wir kommen den immer näher Wir sind schon bei Ja wir sind schon fast da Ne Und wir sind jetzt auch Y36 Das war Y36 Das heißt wir brauchen gar nicht mehr ähm tiefer Wir sind schon tief genug Das einzige was wir jetzt noch brauchen Ist geradeaus Ne Also Minus 10 10 Na wo ist das Hier Ungefähr ne Das heißt wir müssen jetzt Hier können wir eine Steinwand ziehen Machen eine Fackel ran Und dann müssen wir nur noch hier lang So Genau Da bin ich mal gespannt Ne Einfach mal in Richtung Osten graben Ah sogar Dreck ist hier ein bisschen Mal gucken wann wir denn da sind Ne Wir sollten auf jeden Fall nicht Zu lange brauchen Wenn wir die Koordinaten gesehen Ich glaube das ist ja 423 Ja 453 Okay Dauert vielleicht doch ein bisschen länger Aber wir sollten auf jeden Fall darauf stoßen Ne Relativ einfach Wir können das ja auch ungefähr auf der Karte sehen Wo unser Haus ist Ne Also Wir sind eigentlich schon fast da Muss ich sagen Genau Fackeln nicht vergessen Das ist immer ganz wichtig Ihr seht auch wenn das jetzt ein Umweg ist sozusagen Wenn ihr jetzt meint Askai ist auch voll umständlich Ich finde es einfach viel schöner Wenn man das direkt im Bahnhof hat Und wenn man dann auch direkt im Bahnhof Ja quasi rauskommt Als wenn man dann in so einem Haus rauskommt Ne Theoretisch könnten wir im Dino Park Auch noch einen eigenen Bahnhof machen Jetzt so rein theoretisch Wenn ich mal so überlege Und das auch nicht aus unserem Haus raus machen Ne Wenn ich es überlege Wenn wir wollen einen Großpark haben Da wäre das doch eigentlich möglich Ne Und jetzt ist schon Zack Sind wir hier eigentlich schon in der Höhle Wo das hier Ja weiter geht Ne Jetzt ist schon Wenn wir hier jetzt weiter gehen würden Kommen wir zu unserem Railway Ne So einfach ist das Aber so wollen wir das nicht Wir wollen das nicht so einfach haben Ähm Das heißt wir machen wir das Wir bauen uns einfach hier weiter zu So Zack Ne So nach dem Motto Wir wollen einen Tunnel haben Und wir wollen nicht durch eine Höhle Das heißt wir graben uns weiter Und weiter und weiter Und weiter und sehen Aha Da ist es also auch schon Ne Unsere Strecke Das heißt wir sind tatsächlich hierher gekommen Haben die Strecke gefunden Das ist wunderbar Dann können wir hier diese Fackel auch wegnehmen Können wir hier quasi eine Ecke rein machen Ne Und dann brauchen wir nur noch folgendes machen Stone Stone Und jetzt Stone, 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 Stone Ne Aber seht schon wir haben das jetzt verbunden Das ging doch einfacher als ich dachte Ne Das heißt wir können F3 auch mal schließen Perfekt So Den Rest können wir vielleicht mit Glas Oder so Oder wir füllen das nochmal Ich weiß noch nicht Ob vielleicht können wir hier einen Tunnel machen Vielleicht auch nicht Müsstet ihr mal in die Kommentare schreiben Was ihr besser findet Ob man hier so eine freie Sicht haben soll Oder ob ihr meint Ne Auskälter Macht da mal lieber einen Tunnel Das glaube ich besser Auf jeden Fall werden wir jetzt mal Mit der Strecke beginnen Das heißt Whale Du kannst loslegen Dann müssen wir uns immer abwechselnd Müssen wir gucken Wo wir dann immer Power holen Nehmen Wir haben ja genug Power holt eigentlich Von daher Dann immer ein paar Normale Dann wieder Power Dann wieder ein paar Normale Also immer so abwechselnd Ne Aber also dass man Das ist mein Card Nicht stehen bleibt Das ist ganz wichtig Das heißt man darf auch nicht Zu viele Rails nehmen Ich glaube acht Stücke Darf man dann nacheinander nehmen Und ansonsten geht es nicht mehr Ich bin mir auch nicht ganz sicher Ne Von daher Wir können es ja auch gleich mal Mit einem Minecraft dann testen Dann wissen wir ein järes Hier müsste man Die glaube ich Generell Power holt nehmen Weil hier Ja merkt ihr das schon Da Wird das sonst ein bisschen schwierig Den Berg zu erklimmen Und alles Von daher Ich habe aber keine Power holt mehr Das heißt wir müssen das irgendwie anders machen Wir könnten zwischendurch immer Dingsens nehmen Zwischendurch könnten wir immer mal ein bisschen was einschieben Das heißt ich muss mal gucken wie wir das am besten jetzt lösen Ne das heißt wir machen das Wie machen wir das jetzt am besten Ne dass man hier mal kurz Normale Rails nimmt Und hier mal zwischendurch vielleicht Zwischendurch immer unterbricht Ne Ich glaube es sollte auch gehen Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher Ne Ich weiß es nicht Wir müssen es einfach dann mal ausprobieren Dann werden wir sehen ob es klappt oder nicht Ich hoffe aber es klappt Sonst müsste ich mir noch neu Weltings craften Aber es sollte ja eigentlich klappen Warum nicht Ne So so Wieder so 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 Ja ich weiß nicht ob das klappt Ne Ich hoffe es einfach mal Aber ich kann es halt nicht genau sagen Ihr seht schon Das ist schwierig Schwierig zu sagen Jetzt Obwohl Vielleicht haben wir noch Schienen irgendwo rumliegen Ich muss mal gucken Ich hoffe wirklich mal Wenn wir noch Schienen rumliegen Das wäre unglaublich Wenn wir da noch welche hätten Aber nein Wir haben hier leider keine mehr Das ist jetzt gerade sehr schade Ah egal Dann versuchen wir es mal mit normalen Rails Vielleicht klappt das ja Ich glaube aber nicht Muss ganz ehrlich sagen Das wird wahrscheinlich Höchstwahrscheinlich nicht klappen Man kann es aber mal probieren Also das ist klar Das kann man auf jeden Fall machen So Genau Dann graben wir hier einfach mal rein Redstone Wenn wir jetzt überall einfach mal machen Ist vielleicht nicht ganz so schön aus Aber fürs Testen reicht das erstmal Ne Da reicht das vollkommen aus Wir wollen einfach mal testen Ob man da auch dann auch hochkommt Diesen Berg quasi Ne Weil das ist ja schon Da muss man ja wirklich ordentlich Energie aufwenden Damit das klappt Ich weiß nicht Müssen wir mal gucken Wie mir da auch nicht an sich Ansonsten Lime was einfach schien Von der inaktiven Bahn Ich meine das ist dann auch nicht so schlimm Ne So Genau Und hier machen wir das dann anders Hier will ich das einfach so machen Ein Block tiefer Redstone Dann darüber Stone Und die Powered Rail So einfach geht das Ne Machen wir dann überall wo eine Powered Rail ist Das heißt hier wieder zum Beispiel Aber mal runtergraben Stone Und Powered Rail drüber Ne Also schon so lange ist das gar nicht Geht also relativ einfach Hier die Powered Rail Dann hier rüber ein Genau das muss man kurz mal hoch Hier rüber Stone Und Powered Rail Genau theoretisch könnte ich hier auch immer was rausnehmen Dann haben wir nochmal eigentlich welche Könnte man theoretisch machen Aber da ist ja auch noch nicht Ob wir das so machen sollten Müssen wir wirklich mal gucken Ob es da noch Alternativen gibt Auf jeden Fall Ich glaube das sind zu wenig Powered Rail Die wir haben Glaube ich einfach Kann auch sein dass ich mich da irre Ich weiß es nicht Wir probieren es einfach mal aus Wir haben hier ein Minecraft Wir schubsen das an Wir setzen uns rein und sehen Ja bis hier geht es noch gut Wir werden zwar ab und zu langsamer Wenn wir länger keine Railways haben Aber wir sehen schon wenn wir jetzt hier um die Kurve wollen Momentan klappt es Es klappt 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 Tatsächlich Und hier Zack fallen wir sogar runter Also ihr seht schon es klappt es ist super Müssen wir jetzt nur noch folgendes machen Wir brauchen Sandstone Müssen wir noch einen kleinen Stopp bauen sozusagen Also hier noch einen Stopp Ich glaube das mit einem Stopp Das will ich irgendwie noch kreativer hinkriegen Ich glaube dann nämlich einfach Nämlich noch ein paar mehr Wollblöcke Oder wir machen das einfach so Dass wir hier Das so machen Vielleicht sieht das so besser aus Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben Auf jeden Fall so Gar nicht mal übel Und wenn wir dann auch zurückfahren wollen sozusagen Können wir auch mal ausprobieren Na ihr seht schon Kommt man auch gut voran eigentlich ne Das einzige ist immer ein bisschen blöd mit den Ecken Dann wird man kurz zur Zeit in die Wand gebackt Aber ansonsten Gar nicht mal übel Ja ihr seht schon Das geht eigentlich gut voran Es ist nur noch die Frage Wir das jetzt machen wollen mit dem Rest hier Also mit der Höhle Ob wir das so lassen wollen Diesen Höhlenzell Oder ob wir das eher so schließen wollen Weil so sieht das auch ein bisschen merkwürdig aus Wir könnten natürlich noch so eine Art Tunnel machen Dass wir das einfach schließen Oder wir lassen das offen Müsstet ihr mir mal in die Kommentare schreiben Was ihr da besser findet Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich mal Eine direkte Verbindung zu unserem Bahnhof Ich finde das ist auf jeden Fall eine geile Idee Schreibt mir mal in die Kommentare Was ihr besser findet Ob wir das noch zumachen sollen Oder ob wir das so offen lassen sollen Was ihr besser findet Und warum ihr das so besser findet Würde mich auf jeden Fall mal interessieren Und ansonsten War es es dann auch mit dieser Folge Minecraft Dinosaurs Ich hoffe es hat euch wie immer gefallen Wenn es euch wie immer gefallen hat Dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare Und ansonsten wünsche ich euch weiter irgendwie Spaß Macht's gut Und dann werden wir nochmal kurz was ausprobieren Bevor wir fahren Das würde ich nochmal echt gerne ausprobieren jetzt So klappt das oder klappt das? Es klappt und ja Und ansonsten ja Hoffe ich das Video hat euch wie immer gefallen Macht's gut Und bis zum nächsten Mal